In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr die Märklin Central Station 3 mit Rockwell verbindet und damit dann eure Modelleisenbahn vollautomatisch steuern könnt. Eine Zentrale wie die Central Station 3 wird benötigt, da erst damit der Computer mit allen schaltbaren Artikeln, Rückmeldern und Lokomotiven auf der Anlage kommunizieren kann. Um eine neue Zentrale anzulegen, geht ihr unter dem Reiter Datei auf Rockwell-Eigenschaften. Im neuen Fenster wählt ihr dann den Reiter Zentrale aus. Standardmäßig ist hier eine virtuelle Zentrale angelegt. Diese muss erst einmal gelöscht werden. Direkt darunter ist die Auswahl für eine neue Zentrale. Hier wählt ihr dann M-Bus aus. Damit kann sowohl eine Märklin Central Station 3, 3 Plus oder 2 gesteuert werden. Außerdem kann auch eingestellt werden, dass zum Beispiel die CS3 den Strom auf dem Gleis einschaltet, sobald man Rockwell startet. Nach dem Hinzufügen kann dann ein Name vergeben werden, mit dem ihr später die Zentrale wieder findet. Diese Änderung wird dann mit Ändern bestätigt. Ja, jetzt muss Rockwell aber noch wissen, wie man die CS3 erreichen kann. Dies erfolgt am einfachsten über die IP-Adresse im Netzwerk, also das TCP-Protokoll. Wichtig ist nur, dass Rockwell und die CS3 mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind. Die Central Station sollte man grundsätzlich sowieso mit seinem privaten WLAN-Netzwerk verbinden, um schnelle Updates aufzuspielen oder um über das Smartphone die Anlage zu steuern. Das heißt also, ein Netzwerkkabel zwischen CS3 und Router sollte vorhanden sein. Um eine IP-Adresse zu vergeben oder auszulesen, geht ihr in der Central Station auf System und dann auf IP. Hier scrollt ihr dann runter zu Statische IP. Das ist ganz wichtig, damit die Zentrale immer unter der gleichen Adresse erreichbar ist. Diese wird in der Regel automatisch vom Router vergeben, aber sie kann auch manuell geändert oder eingetragen werden. In Rockwell tragt ihr die IP-Adresse unter Hostname ein. Das zweite Kästchen könnt ihr auf 0 lassen. Das setzt Rockwell dann automatisch. Unter dem Reiter Optionen sind einige Einstellungen, die man aber normalerweise so eingestellt lassen kann. Für die Automatiksteuerung sind noch die Rückmelder wichtig. Diese werden unter dem Reiter Rückmelder eingestellt. Bei einer Central Station 3 Plus ist auf der Unterseite bereits eine Buchse für die S88-Module eingebaut. Dafür ist hier der Bereich S88. Auf der Central Station 3 Plus könnt ihr die Einstellung dazu unter System und GFP3 finden. Weiter unten unter Einstellung ist dann die Kennung und die Länge S88-Bus zu finden. Diese könnt ihr genauso in Rockwell übertragen, also Kennung 1 und Module 2. Der Punkt Link S88 ist in der Regel nur für Besitzer der normalen Central Station 3 interessant. Hier kann dann ebenfalls die Kennung des Link S88-Moduls und die Anzahl der angehängten Module eingestellt werden. Allerdings benötigt Rockwell seit neuerem hier keine Einstellungen mehr und erkennt diese ebenfalls automatisch. Wenn alles eingestellt ist, kann man alle Menüs mit OK verlassen. Nach dem Bestätigen der Einstellungen werdet ihr im Serverfenster darauf hingewiesen, dass ein Neustart von Rockwell nötig ist. Also schnell nochmal Rockview und Server herunterfahren und Rockview dann wieder neu öffnen. Jetzt sollte unten im Fenster Zentrale die Statusabfrage aller Rückmeldekontakte erfolgen. Nach dem Einschalten der Gleisspannung über Rockwell oder direkt über die Zentrale werden auch die Informationen zur Gleisspannung und Temperatur in Rockwell hier unten angezeigt. Ja und jetzt könnt ihr schon die Anlage über Rockwell steuern. Doch wie ihr Lokomotiven, Weichen, Signale und Rückmelder anlegt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Das ist eine Abo und eure Kommentare. Ich freue mich über die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.